hallo und willkommen zurück meine lieben freunde weitere runde king of hell mit dabei craps one wusi von fnc flo von fnc krisator d und der paddy hallo bei farber wie hoch sind wir ja wir sind bei 250 170 meter absprung 3 2 1 nao wie jetzt was abspringen also maus ich bin tot scheiße wir sind noch jemand gestorben mit mir zusammen drei leute sind gestorben also ich bin da wo in ältesten polizei hauptquartier ist ich bin bei den garagen ihr seid alle beleben ich lebe aber ich bin auf dem polizei hauptquartier auf dem dach gelandet das bin ich scheiße ich weiß nicht wo ich bin also leute ich jetzt zum ersten mal nicht da tut uns einer schon wieder heilen ja ich komme auch in eure richtung ist ja ich bin gelandet ja wir sehen dich da vorne du kommst angelaufen durch die häuser da werden wir gerade geheilt ja also ganz spannend euch wir haben das alles im griff das war das ganze spiel basiert auf dem häuserkampf also sag ich total easy team das match der kreis den siehst auf dem gps ist dafür darum eingenommen zu werden es gibt punkte für töten leute in der zone zu droppen oder halt diese position zu halten und wir können auch eigene teams in der gruppe machen wie ihr gerade seht deswegen haben wir unsere zeichner uns rum und es gibt es gibt hier wie gesagt übelst viele fahrzeuge panzer alles rakete hier ist nur aktellerie also das ist armer leute das ist das ist geil und hier jetzt kommt der kommt gerade ein mohrhawk der könnte sein dass der jetzt falsche springer droppt die gleiche über uns runter fallen wie schokoriegel seid ihr hier unter der brücke ich bin wieder in der base ich komme gleich zu was ich sehe eure namen gar nicht ich bin gefangen namen siehst du nur wenn du windows taste drückst oder nettisch fast okay super bei diesem weil du bist noch gar nicht in der gruppe genau dann lad mich mal ein haben wir auch schon vorhin schon mal gemacht guck schon mal okay der ist hinter den berg runter gegangen der ist aber im krankenhaus okay wollen wir uns unter der brücke kurz sammeln ja wir sind schon hier unter der brücke jetzt nur so zur info und so läuft das spiel ab das ist wirklich jetzt jetzt interessant taktische kriegsführung im team das wird echt richtig lustig sag ich euch also ihr braucht nicht erwarten dass jemand rumschreit überfall oder sowas hier wird doch geschossen wie tritt ich denn jetzt bei ihr aufs direct channel den bergern die mausrat playmenü achso ok so ist es ganz anders groups und dann einfach rein weit folgen oder ob auf der fenster tasse kannst du auch aufs playmenü in beiden 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 wissen der wand glaub ich drin hallo falls sie keine erwartet hat dann müssen wir halt noch mal dich in weiten ne bin ich nicht okay das ist gerade voll krass abgeschmiert kavala direkt auf dem markt was echt ja richtig miesen boah alter das ist doch mal was cooles doch hab ich noch hier sind nur explosionen ne ich versuche mal langsam zu euch vorzustoßen ich bin am polizeiakku hier hinten noch ich versuche zu kommen da kommt gerade ein helion kommen mit dem wie dem auto laufen wir mal diesen kanal diesen ausgedruckten kanal nach unten oder in Richtung polizeiakku ok dann laufen wir dann da runter ich laufe euch entgegen in weit so accept unsere mission ist es unsere kameraden jetzt abzuholen sagt ihr alle in ego oder third person third person gerade also ich bin schießen und häuserkampf nur first und rumlaufen third ja ich auch weil die übersicht besser ist ja das stimmt ja ich zack jetzt erstmal ein bisschen in ego also hier im kanal ich seh euch ja wir fahren jetzt genau also wir laufen brab bist du das hier an dem in dem auto ja wie geil warte kommt der cressa war angefangen absichern straße hoch und straße vor jawoll jetzt geht ab hier ja bist du jetzt auf die straße verteilen links und rechts bitte die leute ja genau ok schuss ich komm ich komm sind die vor euch also zwischen uns oder ich seh nichts auf der straße oder im haus im haus go 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 ok hab ihn hab ihn alles klar sicher sicher mal die kreuze oben links und oben äh belebt mal den ralf wieder ja mann wiederbelegen kann er seine waffe nehmen nein nein nicht 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 weil sonst gleich keine mehr ja doch die kann also die waffe brauche ich nur die die ähm äh weißt schon ja die ja wenn ihr die waffen wenn mich jemand die waffen nimmt hast du keine mehr wenn ich die wiederbelebe das hatten wir vorhin schonmal ach so ja ich hab die ziel kann aber nehmen ey ich geb sie dir wieder ok ah ich seh euch ja die waffe hab ich wunderbar wo sind die feine in die warte ok laufen wieder die straße so runter ja oder würd ich sagen ne leg sie aufm Boden oder sollen wir uns echt von haus zu haus durchkämpfen ja ich würd die straße weiter runter laufen oder meinste aber da sind wir bisschen offen ne ja ich würd auch sagen wir gehen ein bisschen mehr ins zentrum von der stadt und wir sind jetzt ein bisschen im garten mal wo wollt ihr jetzt hin ich stehe um offen zu kommen ok ja versteckt euch mal in den mauren geht mal irgendwo rein hier erst mal einfach verstecken nicht von der entfernen der straße rumhängen komm da rein wo wir sind hier ist gut geht jetzt rein geht in Richtung Südost oder Südwest also könnt ihr das mit den zahlen mach mal die Tür auch da vorne auf das war mir auf nee geht ja mit den zahlen kann ich gar nicht weil die Position ist zahlen auf Kompass meinste geht zu hektisch ja ne das geht ja zum für ne marschrichtung ist es ja cool aber jetzt hier ich mein ihr seht die die hexagons auf der straße auf der straße ok vorsicht vorsicht auf der straße auf der straße auf der straße auf der straße habe ich habe vorhin geschossen weil ich dachte er wäre ein heli ja kennst du das für uns ja 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 so dieses davor schießen wenn er sich bewegt ich konnte nicht über die wand lücken um zu springen was hat der keine Waffe gehabt runter straße runter hinter uns hinter uns hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn nicht hab ihn nicht jetzt hab ich ihn boah krass doch ich hab ihn nicht was geht hier ab boah ich muss mich selbst fragen ich sag ja geht voll ab oder der scheiß Gott ich find's auch voll nice im häuserkampf hier so mit dem team super ich steh voll drauf ich guck mal was der eine von der Waffe hatte den ihr an der kreuzung gekillt habt denk aber dran dass der auch rescape drücken kann und alles weg ist der ist dann sofort weg vom Fenster also ist dann meine Waffe dann auch weg oder was ah ne dann gleich ich guck mal ganz kurz hier die straße hoch und runter ja man muss gleich mal kurz selbstbehandlung machen um zu heilen ich auch ich bin gut im Sack denk an die Windows-Taste dann seht ihr immer wer worum geht dann könnt ihr auch Befehle geben falls ihr irgendwas seht oder wenn ihr einen gegen habt was war das denn ich hoffe wir haben Musik ich muss mal mein Audio level up oder ein bisschen höher stellen ja ja genau level up wenn du so Musik hörst dann bist du abgelevelt echt jetzt wie geil du 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 ja genau ja ja dann bist du ein Level hoch cool vergessen ja genau zwei ok am Markt hat alles verraucht äh dort ist alles voller Rauch das Haus hier und da bewegt sich auf jeden Fall der ein oder andere da rum ok ich komm zu dir und na und am Fuß ist ok da seid ihr in den Lauf jetzt zu euch du bist auch verletzt oder ist er ok Vorsicht ja ich bin's äh lauf mal zurück lauf mal zurück zurück zum Land ok seid ihr auf dem Hinterhof dort ja guck mal die ist auf dem Hinterhof ok wir sind nach vorne jetzt rein ok und Hausdecken haha irgendwie viele Leute hier rumhängen in dem Haus naja raus komm Straße hoch Straße hoch lauf weiter lauf lauf sonst hängen wir in der Tür fest jetzt geht's und jetzt gleich wieder line in so rein in so Garten rein in so Garten rein in so Garten rein links in den Garten ja Elfrid oh oh Elfrid ist unser achso haha mit dem können wir uns sicher bewegen hier wird geballert wow Granate ok ihr seid uns verteilen wir sind viel zu nah beieinander Leute sollen wir uns hier auf diesen kleinen Platz verteilen eine Granate und wir sind dead ich geh ins Gebäude ich geh ins Gebäude und geh ins Gebäude und das zerstört wir kommen da rüber in das gelbe Haus direkt zum Nebel yay hab ich was abbekommen oder wie das geht ganz schnell irgendwie der stöhnt die ganze Zeit ja also mein Haus ist komplett vernebelt hier ich hab bisher ich hab bisher noch keinen Gegner gesehen ey wir müssen drei weggehauen oder nicht wahr drei Stück ja drei ungefähr wow da vorne sind sie alle wo das war meine Granate keine Angst ok ich sehe unseren Elfrid da wo eigentlich der Marktplatz ist ja Marktplatz ja ernst das ist aber ganz gut gar nicht so man kann so die landen zwei oh da hat ihr Miene gelegt irgendwer hat eine Miene gelegt ok da kommen wir grad weiter mit dem Fallschirm runter abzu ja ah shit wir haben einen falschen Mat einer von uns sogar ich bin tot shit ihr könnt mich wiederbeleben ne wo bist du wo bist du ja irgendwer ist da direkt bei mir ich kann's gar nicht erkennen wer das ist ah ja kann nur noch ein Magazin die wiederbeleben sind die wer seid ihr Schweine ich hab kein Sichtkontakt Craps ist easy ich sehe die ganze Zeit noch falsch hin ich bin tot ich bin noch ich bin hier wiederbeleben ist hier bei Craps und ein Level up geile ich bin weiter zum Marktplatz weil nicht Level up kann ich meiner Craps halten da kommt der nächste mal im Fallschirm wo ist ja da hinten ist ja ne ah da hinten ist ja ne okay also haben wir zum Krankenhaus gehen, da sind nämlich mehrere Fallschirmjäger gelandet okay, komm mal hin ab, ey, du nicht weh, wir müssen erstmal die Absichtkontakt hier der Efresh steht dann auch voll ab da oben ah, scheiße, hier ist irgendwo einer will mich einer heilen weißt du wo der war, Krizator? ich hab keine Ahnung, wenn ich dich jetzt heile, bin ich der Prout die landen alle direkt auf dem Marktplatz ja, auf dem Marktplatz, äh, nicht auf dem Marktplatz, auf dem Krankenhaus meine ich Krizator, wir können nicht gleich heilen, wir müssen erstmal schauen, dass sie nicht gegen sich her ist ja, ne, kein Problem, ich, ich rush mal den Turm ja, das ist, die warten doch nur, dass wir dich beleben und dann nennen uns ab weil es ist da, Krizator, du bist weg bin ich weg? wie gesagt, ich rush mal kurz den Turm hier, auf dem Marktplatz dann kann ich respawn drücken scheiße schade schade aber ich will jetzt nicht da so reingehen, ey, dann werde ich so verfolgen aber, fuck man gut, schon wieder geklappt, so war es gewann, Arte, ey wo? keine Ahnung nicht mehr, wo du bist also erste Etage gehe? in dem, in dem kaputten Gebäude bin ich drin fuck erste Etage vom Turm auf dem Marktplatz ist gehe, oh, fuck ja, in den Turm ist einer drinnen wochenabend, schaut in mein Inventar, da, der ist da, ach ne, doch nicht irgendjemand hat hier oben gerade noch mal an legt der mich wieder, aber erstmal meinen Inventar looten mega lag ist ja geil der, der Turm ist beim Normalfall, ich, oh, die sind über mir, die sind über mir ja, die sind die ich bin grad dabei den Turm zu rushen, ihr sagt der scheiß Saune ist im Weg, ey wirst du, wirst du, wie du überlebt ok, da kam schon wieder ein Fallschirmspringer runter ich bin jetzt, so wie es aussieht, ziemlich sehr weit oben auf dem Turm, also nicht schießen unbedingt ne, ne, wir sehen ja, wo du bist wir sind wieder zwei Fallschirmspringer, links vom Marktplatz, also wenn man von Polizei so hoch schaut, gelandet äh, auf dem Ding, auf dem Krankenhaus steht ein Mohawk ja, ich seh ihn einer von unseren Leuten ist da oben ja verdammt was das und einer ist auf jeden Fall hier in dem Tower drinnen Vorsicht, da will ich aufpassen ja, in dem Tower, da rush ich grad hoch ok, pass auf das kann ich, kann ich, kann ich drive with you, please? kann ich aufpassen, dass auf jeden Fall einer ist kann ich drive with you, please? ja, ja, eben, deswegen rush ich hier hoch ok, jo, mach mal ich bin grad am Clearen so Leute, jetzt komm ich euch retten let's go to the marketplace jetzt fährt er nicht nach Amazon, pass auf ich, ich, ich fahr jetzt n Dingens ich fahr'n Offroader, bewaffnet alter, das gibt's doch nicht ich, ich, ich hör' dich Sniper hier oben ok ich hab keinen, ich seh' die Leute nie ich bin jetzt grad zum vierten Mal glaub ich gestorben ok jetzt will ich wiederbeleben ok, warte please drive oh, da oben ist der Sniper ich bin jetzt, ich bin jetzt ganz oben oh, scheiße tot also ganz, auf dem grünen Turm hier, direkt auf dem Marktplatz ist gar nichts hier ist leer die Typen wollen nicht mit mir die mögen mich nicht ja, Mann ich bin auch tot ich hab den Orca getroffen mit der RPG aber ist denn in Luft gegangen? Alter, was geht der ab? der Marktplatzturm ist clear, da ist niemand Atompilz, Mann ich hab wirklich mit der RPG zweimal auf den Orca geschossen und der ist immer noch am Start oben, das kann immer nicht wahr sein ah, endlich werd ich gemoved ey, ich dachte mir schon, jetzt was setzt Leute ich werd ich gemoved einer muss mit einer Aufnahme halt ach, echt? das haben wir nicht mit dem Rücken oh no! oh Leute du musst wiederbelebt werden also ich bin jetzt auf dem Turm, ich kann von dem Turm recht gut sehen ja, wir kommen zurück Stefan, komm mal rein in der Action die landen alle in dem Gebirge, ähm Gebirge nördlich von dem Krankenhaus ich hab grad getrunken und du sagst Gebirge zu diesem Häufchen Elend ja Gebirge die Berge sind nicht höher als das Gebäude, Mann Gebirge ja so, ein bisschen und die ballern auf mich oh geil, ich bin tot hier Sani, Sani, ein Licht ist Sani ich sehs ich bin genau beim Turm unten soll ich runterkommen oder wat? ich weiß nicht ja, ich probier's ich glaub das war der Typ im Turm, der mich gecleat hat im Turm hier oben ist niemand mehr okay dann ich hab den komplett gecleat, da ist nichts da ist er da ist er der ist grad hochgekommen okay okay oh, sind der dead eigentlich alle tot? Gabriel ah, ich wusste leider zurück der ist grad hochgekommen leider der ist grad hochgekommen leider die Typen wollen mich mit dem HMG Ding da nicht fahren nein, der ist auch tot scheiße mich, mich, äh, mich belebt niemand wieder im Normalfall, oder? ne, wir sind nicht hoch im Turm ok, ich bin auch schon in der Basis alle zurück respawn in 3 2 1 ja, ich würd sagen, für die erste Aufnahme mit so vielen Leuten abgefahren, sehr abgefahren ging ab ging ab auf jeden Fall Spaß gemacht jetzt ist auch der Mentor gleich wieder mit dabei in der nächsten Folge und, ähm, danke fürs Zuschauen schreibt es in die Kommentare was ihr davon haltet Daumen nach oben wäre super und grüß an alle da draußen macht's gut tschüss 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 tschüss